Dieser Tage jährt sich der Tag der Befreiung von Nazi-Deutschland zum 76. Mal. Der 8. Mai 1945. Nazi-Deutschland kapitulierte im sowjetischen Hauptquartier in Berlin-Karlshorst. Etwa 60 Millionen Menschen waren gestorben. Der Zweite Weltkrieg hinterließ in Europa seine Spuren bis heute. Zum Gedenken an die zerstörung Magdeburgs am 16. Januar 1945 initiierte die Stadtbibliothek den Aufruf Stimmen für Weltoffenheit und Toleranz. Für uns ist der 8. Mai Anlass, unsere Beiträge für diesen Aufruf erneut zu senden.